Musik Ich freue mich sehr, dass ich hier auf meiner Anlage sehr viele Reiter und Zuschauer begrüßen kann, dass auch die Werkstatt angenommen wird von den Zuschauern sowie auch von den Reitern. Wir wollen, dass wir uns noch weiter ausbauen, um hier die Pferdesport bleiben zu können. Musik Wir haben ja das erste Turnier in Volzow, ein Jubiläumsturnier, 15 Jahre, ein paar in Volzow. Die Familie Jürgens hat ja sehr gut investiert, hier eine sehr schöne Halle gebaut, mit sehr guten Bedingungen für die Reiter und auch für die Pferde, ganz viel Platz linksrum, sehr gut organisiert und ich denke, dass das den Post und den Standes hier sehr gut ist, wenn wir hier in Weißer so eine Veranstaltung hier erleben dürfen. Jo, wir werden den Rucknummer zu der schönen Halle, super Wetter bei der Einweihung und ein sehr schönes Femier. Das Reitermier, was auf der Freitermier begonnen hat, ist eine sehr hervorragende Veranstaltung geworden. Auch am Samstag sehr, sehr viele Teilnehmer. Wir danken natürlich auch den ganzen Sponsoren, die hier an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Ja, was kann man weiter dazu sagen? Schönes Wetter, gutes Essen und ganz nette Leute. Ja, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch mit so einer wunderschönen Anlage. Das Reitermier zu fahren. Ich konnte jetzt auch gerade eben das erste Endspiel wieder für mich entscheiden. Ist super, auch mit den Jungpferden, mit dem Spielpferde-Bereich. Macht echt Spaß. Ich möchte schon mal sagen, die Halle ist wirklich sehr gelungen. Auch das Turnier finde ich ganz klasse. Ich denke mal, das wird nicht ein einmaliges Turnier sein. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr wieder ein schönes Turnier machen. Ja, hallo. Hier ist Michael Petersen. Nochmal von hier ab herzlichen Glückwunsch zur neuen Reithalle. Tolle Umgebung, tolle Veranstaltung. Vielen Dank, dass wir hier mitspielen dürfen. Ja, wünschen alles Gute für die nächsten Jahre und hoffen, dass wir wieder weiter mitmachen können. Danke. Hallo, Martin. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Turnier, was du hier ausrichtest, hier als Reiter. Hier ist ein paar gute, so unglaublich froh, sowas wie hier vorstehen. Sie sind eine tolle Halle mit diesen großen Abmaßen und ordentlichen Boden drin. Also ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Macht Spaß, hier bei dir aufzubauen. Ich hoffe, die Reitermier sind auch sehr, sehr zufrieden. Ich möchte sagen, erstmal Glückwunsch, Herr Martin Jungs, für die super Anlage. Ich kenne die Familie Jungs ja schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, die Reithalle ist super geworden, die ganze Anlage an sich, das Turnier. Hat mir sehr, sehr gut gefallen von der Aufmachung her und auch die Bedingungen sind sehr, sehr gut und ich komme gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.